Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel. Morgen. Guten Morgen. Dieses Mal geht es darum, dass wir uns anschauen möchten, wieso wir Bitcoin überhaupt benötigen. Und alle Hörer, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, wir haben das in der Folge 3, also 25 Folgen zurückblickend schon, schon mal darüber gesprochen. Und wir möchten das Ganze jetzt ein bisschen aktualisieren und vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, welche Gründe es denn dafür gibt. Um das ganz kurz zusammenzufassen, damals haben wir darüber gesprochen, dass es einmal einen Goldstandard gab. Das heißt, unsere Währung oder die Währung an sich, die waren mal an ein Gold gekoppelt, also an ein natürliches Gut, das begrenzt ist. Dadurch konnte das Ganze nicht einfach die Gesamtmenge einfach ausgeweitet werden. Und dieses Problem haben wir ja heutzutage, dass diese Gesamtmenge unseres Euros, aber auch des Dollars komplett dynamisch angepasst werden kann, je nachdem, wie die Wirtschaft aktuell aussieht. Und dadurch entsteht eine Inflation. Und dadurch wiederum werden die Währungen entwertet und unser Erspartes, unser Vermögen findet eben an Kaufkraft mit der Zeit. Zusätzlich ist es dann aber auch noch so, dass wir die meisten Transaktionen aktuell in digitaler Form durchführen. Und bisher das Ganze ja mit dem Euro noch stattfindet und wir dabei einfach immer irgendjemandem vertrauen müssen, der diese Transaktion kontrolliert. Das wären dann zum Beispiel entweder Banken bei klassischen Überweisungen oder halt eben Zahlungsdienstleistungen im Internet. Da das perfekte Beispiel natürlich Paypal. Und wie gesagt, da ist das große Problem, wir müssen diesen vertrauen. Das hat große Probleme mit den Gebühren, es sind Datenschutzprobleme dabei und das Ganze ist natürlich von der Geschwindigkeit auch nicht so hoch. Und genau diese Punkte werden wir, darauf werden wir aufbauen in dieser Folge und noch ein bisschen weiterschauen, welche Gründe es denn noch geben könnte, wie es wir Bitcoin benötigen. Alles klar, sehr gut. Ich muss dich mal ganz kurz einbremsen, weil wir haben noch eine Frage bekommen und dann kannst du gleich weiterreden. Wir haben ja die letzten drei Folgen uns damit beschäftigt, wo man Bitcoin kaufen kann und wie man Bitcoin aufbewahrt und auch erklärt, wo und wie wir das eben handhaben. Und in dem Kontext gab es eine Frage. Es wurde nämlich die Frage gestellt, wie man denn jetzt diese privaten Schlüssel bzw. die Bitcoin, die man jetzt gekauft hat, also in der App gekauft hat oder auf irgendwelchen Online-Marktplätzen, wie bekommt man diese Bitcoin auf sein Hardware-Wallet? Also muss man das anschließen oder wie läuft das genau ab? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, die wir leider wirklich nicht beantwortet haben, die wir einfach komplett übersprungen hatten, aber die ja sehr legitim ist auf jeden Fall. Ja klar, klar. Und du musst von dieser Wallet jetzt deine Bitcoin versenden auf deine Hardware-Wallet und die generiert an sich ja auch nichts anderes als einfach ein neues Wallet, bei dem du aber wirklich die privaten Schlüssel auch selbst hältst. Und wie wir gelernt haben, ist das jetzt der wichtigste Punkt. Immer die privaten Schlüssel selbst zu halten, weil nur dann hast du die volle Kontrolle. Genau. Also das heißt, es geht nur darum, ich muss von dem einen Wallet, auf dem ich gekauft habe, auf die Hardware-Wallet übertragen. Mehr ist es erstmal nicht. Und dafür ist es eigentlich ganz einfach, egal bei welcher Kombination wir da benutzen. Es geht immer so rum, dass man auf der Hardware-Wallet selbst eine Empfangsadresse erstellen kann. Das ist so eine Adresse, auf die ich dann Bitcoin senden kann. Da gibt es wahnsinnig viele, die man erstellen kann. Und der Vorteil dabei ist, dass alle Empfangsadressen auf das gleiche Wallet verweisen. Das heißt, ich kann 20 unterschiedliche Empfangsadressen erstellen und ich schicke auf alle 20 Stück etwas Bitcoin. Es landen aber alle auf dem gleichen Wallet, also hoffentlich auf deinem dann. Genau, also vielleicht zum Verständnis für diejenigen, die das nicht wissen. Man hat zwar ein Wallet dann, auf dem alle Bitcoins ankommen, aber man braucht nicht immer die gleiche Adresse. Man braucht nicht immer die gleiche Empfangsadresse. Das heißt, es ist ein bisschen anders wie jetzt im Bankensystem, wo man ja im Regelfall bei einer Bank ein Konto hat. Und wenn ich Geld auf dieses Konto einzahlen möchte, dann brauche ich eben meine IBAN und es geht immer dorthin. Und bei Hardware-Wallets ist es eben so, dass man ein Haupt-Hardware-Wallet hat, aber es gibt eben die Möglichkeit, unterschiedliche Empfangsadressen zu generieren. Die weichen dann immer etwas voneinander ab, aber alles landet im selben Topf. Also, weil du ja gerade gemeint hast, man kann sich da sehr viele Empfangsadressen generieren. Das ist so. Man muss sich davon aber nicht verwirren lassen. Es kommt trotzdem alles beim gleichen Hardware-Wallet an. Genau, wie wenn du deine Kontonummer nimmst und die dann nochmal aufteilen kannst und neben deiner Freundin eine andere Nummer gibst, aber nachher kommt es auf deiner gleichen IBAN, wie du gesagt hast, an. Genau, so kann man sich das vorstellen. Genau, und diese Empfangsadressen kann man sich ganz einfach erstellen lassen über die Software, wie man dann einfach das Hardware-Wallet anschließt. Ob man das dann anschließt über den Computer oder am Handy selbst, ist das egal. Und da gibt es immer einen Reiter Empfang, meistens heißt es dann. Und da kann man sich die Adresse dann anzeigen lassen. Und dann gibt es wiederum in der App selbst oder auf der Plattform, wo du gekauft hast, wiederum das Gegenteil, den Senden-Button natürlich. Und da trägst du dann die Empfangsadresse ein oder kannst sie teilweise auch abfotografieren mit einem QR-Code. Dann brauchst du es nicht kopieren oder nicht abschreiben, weil natürlich kannst du auch mit einem Fehler kommen. Und dann kannst du auswählen, welchen Betrag du überweisen willst oder versenden willst und trägst du es ein und dann schickst du die Transaktion einfach ab. Und irgendwann werden die Bitcoin eben dann auf deinem Wallet übertragen. Das kann natürlich im Moment dauern, weil wir ja wissen, die Geschwindigkeit bei Bitcoin dauert immer, ist ein bisschen geringer, weil einfach auch die Transaktionen bestätigt werden müssen vom Netzwerk. Und am Ende ist halt eben, sind deine Bitcoin übertragen auf dem Hardware-Wallet und du für das Hardware-Wallet hast du deine privaten Schlüssel und zack hast du dann die volle Kontrolle über deine Bitcoin auch selbst. Und das läuft bei allen Kombinationen genau gleich ab. Egal, welche Plattform, welche App man benutzt und welche Hardware-Wallet benutzt, das ist an sich immer genau der gleiche Ablauf. Und ich hoffe mal, dass wir damit jetzt so ein bisschen den letzten Schritt auch noch erklärt haben. Ja, also von der Oberfläche kann man das vielleicht wirklich vergleichen mit Online-Banking, weil man muss einfach nur auf Bitcoin senden klicken und beim Gegenstück eben auf Empfangen. Und dann muss man eben diese Adresse eintragen, die man sich generieren hat lassen und ja, dann klickt man auf senden. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte, man kann noch, ja meistens ist es grafisch in Form von einem Regler dargestellt, einstellen, wie schnell die Transaktion erfolgen soll. Auch da muss man sich aber keine Gedanken machen, wenn man es auf ganz langsam macht, dann kostet es weniger Transaktionsgebühren, aber es kommt trotzdem an. Es geht halt einfach nur länger, aber es kommt an. Die gehen nicht verloren, die kommen immer an. Wenn man es eben auf schnell macht, dann geht es natürlich schneller, kostet auch mehr, aber auch wenn man es auf den Regler auf ganz langsam stellt, kommen die Transaktionen an. Und das war es im Endeffekt. Also in der einen App klickt man auf senden, in der anderen auf empfangen, trägt die Empfangsadresse ein, klickt auf okay und dann war es das. War es. Richtig. Genau. Und deshalb vielen Dank für die Frage und wie gesagt, kleiner Hinweis darauf, wir haben eine E-Mail-Adresse jetzt auf fragen-at-bitcoin-verstehen.info. Packen wir auch in die Podcast-Beschreibung rein, da gerne die Fragen uns senden oder irgendwelche Anregungen. Und wir werden es natürlich auch immer relativ zeitnah beantworten dann, wenn wir es können. Ja, und auch egal wie, wie ihr die Frage selbst einschätzt, also wenn ihr denkt, das ist jetzt irgendwie eine bisschen blöde Frage oder eine total abgespacede Frage, macht gar nichts. Wenn ihr eine Frage habt, dann stellt die Frage und wir beantworten die dann bestmöglich und schnellstmöglich. Genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Du hast ja sehr schön eingeleitet, dass wir uns hauptsächlich mit dem Thema Inflation und auch Konsequenzen der Inflation beschäftigen möchten. Jeder weiß ja, was Inflation ist. Also klar, Kaufkraftverlust in Europa oder in Deutschland bei weitestgehend zwei Prozent. Das schwankt zwar etwas, aber niemand macht sich richtig Gedanken darüber oder habe ich zumindest das Gefühl, was es längerfristig heißt. Und möchtest du da mal ein bisschen zu ausführen? Kann ich gerne machen, ja. Die Frage ist ja auch immer, die ich auch häufiger, glaube ich mal, am Anfang noch gestellt habe, warum eigentlich diese zwei Prozent? Die geistern da immer so ein bisschen durch die Medien und durch die Nachrichten. Und man sagt zwei Prozent, aber die wenigsten da fragen sich, warum eigentlich diese zwei Prozent? Was soll das bedeuten? Ja, es wird einfach vorausgesetzt, dass es ganz normal ist. Es muss diese zwei Prozent geben. Genau. Irgendwie ist das die Basis, ohne dass man sich darüber Gedanken macht. Richtig. Und da müssen wir einfach mal verstehen, was denn da überhaupt die Idee dahinter ist und das Ziel. Und ganz einfach erklärt ist das Ziel, dass eben zwei Prozent bedeutet eben, dass einerseits die pro Jahr, also die zwei Prozent beziehen sich immer auf ein Jahr. Ja, in der Zeit erhöhen sich so gesehen die Preise der Produkte oder in Anführungszeichen oder beziehungsweise verliert dein Geld oder das Geld um zwei Prozent an Kaufkraft. Das heißt also, von das Geld, wenn ich jetzt heute 100 Euro habe, habe dann ein Jahr lang zwei Prozent Inflation, kriege ich dann genau zum gleichen Zeitpunkt nächstes Jahr zwei Prozent weniger Produkte davon. Ganz einfach ausgedrückt. Und die Idee dahinter ist, dass man dadurch den Konsum ankurbel. Das bedeutet, man möchte, dass die Menschen einfach eben ihr Geld ausgeben, weil du ja, okay, das heißt zum Beispiel, Manuel, du denkst, oh, ich habe jetzt 100 Euro. Oh, nächstes Jahr sind die ja zwei Prozent weniger wert. Was mache ich denn jetzt? Hm, dann gebe ich es doch lieber aus. Kaufen was Cooles für 100 Euro. Neues Album. Lieber dieses Jahr 100 Cheeseburger als nächstes Jahr 98. Genau, richtig. Und dadurch bedeutet es auch, wenn Leute geben es mehr aus, man kauft mehr Produkte, die Unternehmen nehmen mehr Geld ein, sie können mehr investieren dadurch, weil sie einfach mehr Geld machen. Und das ist die Idee dahinter, dass man die Wirtschaft ankurbelt, dann im Laufen hält und die stabil hält. Ist natürlich auf den ersten Blick, ja, kann man sagen, ist ja ganz cool. Das passt ja, weil dann kriegen wir mehr Gehalt, wir kriegen mehr Unternehmen, die haben mehr Geld, uns geht es besser. Ja, die Frage ist aber halt, du musst ja auch weiterdenken. Jeder verliert aber auch zwei Prozent der Kaufkraft, unseres Vermögens, unseres Gesparten auf dem Bankkonto. Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir das Geld nicht irgendwie anlegen, sondern wir einfach nur 100 Euro auf unser Bankkonto legen und es da liegen lassen. Ohne Zinsen, wir kriegen ja gerade sowieso keine. Aktuell, ja. Aktuell ist es eigentlich bei Null. Genau, und da muss man gucken, okay, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich für uns selbst als Privatperson? Und diese zwei Prozent liegen sehr wenig und da finde ich ein sehr cooles Beispiel, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten. Vorher mal, wenn man jetzt mal schaut, was zwei Prozent bedeuten, über ein Jahr gerechnet, über ein Jahr, okay, zwei Prozent, kann man vernachlässigen vielleicht. Das Problem ist aber, wenn man es auf zehn Jahre hochrechnet, bist du schon bei einem Verlust von 20 Prozent. Das heißt, du kriegst 20 Prozent Cheeseburger weniger, dein Beispiel jetzt. Ja, und nach zehn Jahren sind das einige. Richtig. Und wenn du noch weiter gehst, hast du nach 30 Jahren schon die Hälfte in das Kaufkraft verloren. Und nur eben dafür, dass man die Wirtschaft in Schwung bringen kann, in Anführungszeichen. Und das muss man sich mal überlegen. Das heißt, jeder Einzelne von uns, der ein Vermögen oder jeder von uns hat hoffentlich irgendwie auf dem Tagesgeldkonto Geld liegen oder in einem Spartes. Manche haben sogar noch ein klassisches Sparbuch. Du verlierst jedes Jahr an Geld. Das ist zwar indirekt, weil du es nicht siehst. Die 100 Euro sind immer noch die 100 Euro. Aber du kannst jedes Jahr damit weniger kaufen. Und das ist also indirekt, das ist so eine Art schleichender Verlust. Und das ist eigentlich, jeder Sparer, also jeder, der nur spart, verliert automatisch an Geld. Und nur die Menschen, die eben investieren, zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien, die können mithalten. Das heißt, du wirst dazu gezwungen, überhaupt schon, du wirst ja gezwungen, um dein Geld so lang, dass dein Kaufgeld überhaupt da bleibt, du wirst schon gezwungen, überhaupt ein Investment zu machen. Ja, man wird eben bestraft, wenn man eben kein risikofreudiger Mensch ist. Also es gibt ja, vor allem in Deutschland haben wir eine sehr schlechte Aktienkultur. Also die wenigsten halten ja Aktien oder irgendwas, was mit dem Finanzmarkt zu tun hat. Die meisten sparen ja, wie du gesagt hast, einfach auf einem normalen Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto. Und all diejenigen werden einfach bestraft dafür, dass sie kein Risiko eingehen wollen. Und man kann es ja verstehen, die Aktienmärkte sind ja hochvolantil. Jetzt in letzter Zeit durch Corona ging es ja auch brutal abwärts, jetzt auch wieder steil nach oben. Aber dass man das nicht grundsätzlich machen möchte, das kann man ja nachvollziehen. Also ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, dass man sagt, nee, das ist mir zu heiß. Ich lasse es lieber, ich lasse es lieber liegen. Es wird zwar nicht mehr, aber gefühlt wird es auch nicht weniger. Und das ist halt die große Gefahr, dass die Zahl bleibt ja gleich. Man sieht nicht, dass einem was weggenommen wird. Aber in der Realität ist es halt so, zumindest aktuell, weil man eben ja keine Zinsen kriegt, dass einem faktisch doch was weggenommen wird. Nämlich genau aktuell zwei Prozent im Jahr. Das ist nicht schlimm, soweit die Bank ausreichend Zinsen gibt, dass man plus minus null rauskommt. Aber in Phasen, die wir eben gerade durchleben, ist es eben so, dass all denjenigen, die nicht investiert haben in Aktien und Co., Geld weggenommen wird. Einfach nur, weil sie nicht investieren wollen, sondern die vermeintlich sichere Variante wählen und das Geld einfach nur liegen lassen. Genau. Und das Interessante ist ja, diese zwei Prozent ist ja nur so ein Vorgabepunkt. Ja, es ist nur ein Richtwert, ja. Genau. Und diese zwei Prozent sind ja meistens sogar noch ein bisschen mehr in letzter Zeit. Da gibt es auch diese große Diskussion, wie berechnet man diese zwei Prozent? Weil es gibt ja dieses Inflationsziel, die Rate und da wird ja diesen Korb, den man da ja dem Staat davor gibt, die so aktuelle Produkte, die man so in den Einkaufswagen packt und dann schaut, okay, welchen Preis hat das denn heute? Was kostet das denn morgen? Und da gibt es ja auch ganz große Diskussionen darum, packt man da Immobilien mit rein zum Beispiel, die auch noch dazugehören. Teorisch klar. Müsste man ja auch Aktien mit reinpacken, weil die ja auch irgendwie inflationär sind. Und deshalb kann man eher davon ausgehen, dass dieser Betrag von zwei Prozent eigentlich sogar fast zu tief ist aktuell, sondern dass man möglicherweise noch bei fünf, acht, sieben, acht Prozent liegen kann oder sowas. Wir wissen es einfach nicht ganz genau, weil man es nicht genau packen kann und nicht greifen kann. Und ja, und das Problem halt, was das dann noch dazu führt, ist eben, wie du ja schon gesagt hast, die wenigsten besitzen halt Aktien. Das heißt also, automatisch sind die, die risikoreich unterwegs sind, die zum Beispiel auch viel Geld schon haben, weil sie Unternehmen haben oder was auch immer, die einfach mehr in Aktien investieren können, die mehr Immobilien kaufen können. Die profitieren natürlich davon dann, weil der Preis ja anzieht. Und alle anderen verlieren ja als Sparer. Und das heißt, dadurch hast du automatisch so eine Schere, die ein bisschen auseinander geht mit der Zeit. Ja, man muss halt sehen, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass man nicht sicher weiß, wie hoch die Inflation ist und dann immer Testkäufe gemacht werden. Und dann wird halt der klassische Einkaufswagen wird halt teilweise verglichen. Dann wird geschaut, ist die Gurke noch genauso teuer wie letztes Jahr. Und genau, was du gesagt hast, dass man eigentlich noch Aktien und Immobilien mit einbringen müsste in diesen Korb, ist eben das Problem, dass es nicht gemacht wird oder nicht regelmäßig gemacht wird, weil wir ja die Konstellation haben, dass Kredite zurzeit extrem günstig vergeben werden. Das heißt, es kommt Geld auf einen Markt, beispielsweise den Immobilienmarkt, das davor nicht da war. Einfach, weil man Kredite für 0% nehmen kann, können sich Leute Immobilien kaufen, die es sich davor nicht hätten leisten können. Und das ist einfach immer so, wenn der Markt gleich bleibt und Geld eingeschüttet wird, das davor nicht vorhanden war, dann wirkt es immer inflationär. Das heißt, die Preise, die gerade steigen, die Immobilienpreise, sind auch Konsequenz der Inflation. Und auf dem Aktienmarkt, das ist ja noch viel undurchsichtiger. Aber dort ist es genauso. Ich meine, die Aktienmärkte sind ja gerade so wie vor Corona. Und naja, die Realwirtschaft ist noch bei Weitem nicht auf dem Stand wie vor Corona. Auf jeden Fall. Und es gab immer ein gewisses Missverhältnis. Das ging immer ein bisschen auseinander. Manche sagen ja auch, ja, die Aktienmärkte, die bilden gar nicht die Realwirtschaft ab, sondern immer ein Ausblick in die Zukunft, so um die sechs Monate. Trotzdem ist es ja irgendwo merkwürdig zu sehen, dass in der Aktien- und Finanzwelt Corona überwunden wurde. Und die Realwirtschaft liegt halt nach wie vor am Boden. Also das ist ja nicht nur Lufthansa und Co., sondern wirklich die meisten anderen Unternehmen, die leiden halt noch richtig. Und trotzdem ist irgendwie die Finanzwelt scheinbar in Ordnung. Und auch da zeigt sich ja, dass Geld investiert wurde, das vorher nicht da war. Naja, und das ist eben auch eine Form von Inflation. Klar, und die Frage, die ich da immer auch denke, stelle, ich überlege, wo das herkommt eigentlich, diese zwei Prozent. Weil das eigentlich gar keiner hinterfragt, warum das so ist. Das nimmt man halt an. Und wenn man sich aber mal einfach mal dieses, was wir jetzt in diesen zehn Minuten besprochen haben, jeder, ich würde mal davon jetzt ausgehen, jeder, der halbwegs rational denken kann, würde sagen, halt, stopp, das gibt doch überhaupt keinen Sinn, was wir hier eigentlich machen. Oder? Würde ich jetzt mal sagen, das gibt doch keinen Sinn, wenn ich jetzt mein Geld da habe, das liegt da nur da und es verliert mit der Zeit an Wert. Es müsste ja eigentlich fast anders drum sein, weil wenn ich spare, sollte mein Geld mehr wert werden. Weil ich einfach Entscheidungen aufschiebe, ich gehe eher rationaler, sinnvoll mit meinem Geld um. Das sollte ja belohnt werden eigentlich, weil ich will ja nicht nur Geld ausgeben, sondern ich soll ja die Entscheidung so treffen, dass es passt. Und das finde ich so verrückt, dieser Gedanke, dass man... Wenn man sich das mal anschaut, ist diese Politik komplett verrückt und aus dieser Welt geschaffen. Einfach. Aber es hinterfragt wirklich niemand. Ja, also man kann die Politik ja auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, gerade bei sowas wie Corona ist natürlich die erste Reaktion, man möchte allen helfen, ist ja auch legitim. Aber es ist ja wirklich, wenn man sich anschaut, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wurde in den letzten sechs Monaten im Vergleich zu den Jahrzehnten davor, dann sieht man einfach, wie verrückt das eigentlich ist, wie viel Geld eben in sämtliche Märkte gepumpt wurde. Wie gesagt, mit einem nachvollziehbaren und auch legitimen Ziel. Ich meine, als Politiker wäre es mir auch lieber, ich stelle Geld zur Verfügung und der Großteil der Bevölkerung wird eben nicht arbeitslos oder kann aufgefangen werden durch Kurzarbeit, durch dieses Kurzarbeitergeld. Aber das ganze Geld muss ja irgendwo herkommen. Und da ist für mich ein sehr großes Problem, weil das Geld ja abgesichert wird durch zukünftige Einnahmen, die gar nicht sicher sind. Also es wird jetzt Geld ausgegeben und es wird eben gesagt, in Zukunft erwirtschaften wir das wieder. Sei es durch eine neue Form von Steuer, durch eine neue Form von Einnahmequelle, die wir noch gar nicht eben kennen, die wir noch gar nicht nachvollziehen können. Und das finde ich irgendwo, ja, irgendwie gibt es mir ein unsicheres Gefühl, dass jetzt Geld ausgegeben wird, das zwar irgendwie sehr wahrscheinlich in Zukunft wieder reingeholt wird, aber man weiß es halt nicht. Und jedem Privathaushalt wird eben immer gesagt, gib nicht mehr Geld aus, als du hast. Und ich kann jetzt ja auch nicht in ein Porsche-Autohaus gehen und sagen, ja, ich hätte gern den Porsche hier für 100.000 Euro. Ich zahle den in Zukunft. Irgendwann habe ich bestimmt ein Einkommen, das mir den Porsche hier ermöglicht. Das ist natürlich ein hinkender Vergleich. Trotzdem fällt es mir schwer, da kein schlechtes Gefühl irgendwie zu haben, wenn man sich die Zahlen vergleicht, also wie viel Geld ausgegeben wird. Ja, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man sich mal wirklich eine Gedanke darüber macht, sich den Kopf so ein bisschen nicht zu zerbrechen darüber. Was aber auch wiederum ein Zeichen ist, dass irgendwas ja falsch läuft, sonst würde man sagen, oh ja, das passt ja alles, das läuft ja alles ganz normal. Aber irgendwie kommt es nicht richtig zusammen. Ja gut, die Konsequenz ist halt, Massenarbeitslosigkeit, das will auch niemand. Also wenn jetzt alle Unternehmen dicht gemacht hätten, wäre es mindestens genauso schlimm, eher schlimmer, weil es wäre halt unmittelbar einfach greifbar, was passiert. Niemand weiß halt, was die Konsequenz der aktuellen Handlungen sind. Also verzögert man das Ganze nur, platzt die Bombe in 30 Jahren, platzt sie gar nicht, wird es tatsächlich umschifft, man weiß es alles nicht. Also man hat halt die Wahl zwischen einem Übel, das aktuell eintritt, das man vermeiden möchte, oder einer Möglichkeit, in Zukunft das Übel eben zu umgehen. Aber es ist ungewiss. Genau, das Übel kommt so oder so, nur halt die Frage, wann. Du schießt es einfach nur noch so ein bisschen runter der Straße runter, so gesehen. Ja, niemand weiß ja wirklich, ob das Übel kommt, aber es kann passieren. Kann passieren. Ich meine, das gab es schon, auch in anderen Ländern, in jüngster Zeit gab es das. Also wir sind davor nicht irgendwie geschützt. Genau. Und um jetzt noch wieder den Bogen zu bekommen, Richtung Bitcoin, glaube ich, können wir jetzt ja auch wirklich mal anschauen, weil die Frage ist ja, jetzt haben wir ja gesehen, okay, da läuft was falsch und das ist irgendwie nicht so wirklich rational wirklich sinnvoll, was man da so treibt. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, hey, oder man sagt jetzt persönlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist halt die Frage, warum kann da zum Beispiel ein Bitcoin so eine Alternative darstellen? Weil alles, was wir jetzt erklärt haben, basiert ja auch auf diesem Grund, dass wir eben der Zentralbank oder dem Staat an sich einfach vertrauen mit dem ganzen Thema Geld, der Geldform. Klar, der Staat gibt das Geld aus und bestimmt auch, welches Zahlungsmittel gesetzliches Zahlungsmittel ist. Deshalb sind wir als Bürger eben daran gebunden. Genau. Und wir haben keine Mitbestimmung, also auch dieses Thema mit, wie du ja gesagt hast, der letzten sechs Monate wurden Milliarden von Euro in die Wirtschaft gepumpt, um sie eben am Leben zu halten, um sie zu retten. Wir haben da kein Mitbestimmungsrecht darauf. Wir können nicht sagen, ich möchte das gar nicht haben. Wir wählen niemanden davon. Das ist einfach nur eine Gruppe, die das dann entscheidet. Und wir vertrauen darauf, dass die das auch richtig machen. Wenn wir jetzt nämlich sagen, hey, ich habe jetzt meine 100 Euro bei dir auf dem Bankkonto. Und wenn ihr das weiter so macht, dann verliere ich noch mehr Prozent pro Monat durch Inflation, weil die Geldmenge noch mehr wird. Das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht haben. Ich habe keinen Bock drauf eigentlich. Das finde ich richtig bescheuert. Freut sich niemand. Ja, aber du kannst nichts dagegen tun, weil es ist halt so und du musst es benutzen. Und dann ist halt eben die Frage, was kannst du machen als Alternative? Und dann kommt jetzt zum Beispiel der Punkt mit der einfache Gedanke, okay, ich muss einen Wert, den ich irgendwie erarbeitet habe, den ich gespeichert habe, weil wir ja wissen, Geld oder ein Wert ist einfach eine Produktivität und meine Zeit, die ich eingesetzt dafür habe. Und die wird ja gespeichert in einem Wert, also zum Beispiel in einem Euro. Klassisches Beispiel als Arbeitnehmer. Wie schaffe ich es denn da, das einen Wert irgendwie rauszuziehen aus dem Ganzen und das abzusichern dann? Und da hatten wir mal natürlich den Punkt, ja, Gold war mal so ein Thema, weil Gold ja, wie wir es gelernt haben, ist ja natürlich begrenzt. Es war, man konnte es nicht einfach mehr davon machen, weil das geht ja nicht. Man muss es fördern, es ist anstrengend zu fördern, es ist schwierig, es ist aufwendig zu fördern. Das war mal der große Punkt. Das Problem war aber dabei halt eben, dass die Staaten irgendwann angefangen haben, das Ganze zu konfiszieren und zu sagen, hey, also es gab glaube ich in den 1920er, 1930er Jahren den Punkt, dass man eben gesagt hat, okay, jeder Privatperson muss seinen Goldbesitz abgeben an den Staat und auch heutzutage ist ja so, ich meine, heute kann man glaube ich bis 2000 Euro Gold kaufen, anonym und darüber muss man zum Beispiel seine Daten schon angeben. Das ist schon der erste Punkt, wo man sagt, warum eigentlich? Was geht es denn jemand anderes an, ob ich Gold habe oder nicht? Und wie viel? Und das Problem ist halt bei Gold auch, dass es einfach schwer ist, es ist physisch da, man kann es schwer transportieren, es ist ultraschwierig zu lagern, entweder muss es zu Hause machen, dann ist es aber unsicher, ich muss es an die Bank geben, ein Schließfach, das ist auch unsicher, weil ich muss der Bank vertrauen wiederum. Und genau, und das wäre natürlich der erste Punkt gewesen. Aber es wurde natürlich vom Staat reguliert. Und jetzt hast du halt mit Bitcoin das erste Mal die Möglichkeit, eben aus dem Finanzsystem aktuell was herauszuziehen, deinen Wert herauszuziehen und dazu speichern. Und wie wir ja schon in den letzten Wochen gesehen haben, ist die Möglichkeit für die Staaten, die Regulierung bei Bitcoin einzuführen, wahnsinnig schwierig. Eben, weil es digital ist, es ist ein dezentrales Netzwerk, es ist global verteilt, also es kann wirklich nur begrenzt reguliert werden. Und das ist schon der eine Punkt. Und das andere ist halt eben, dass Bitcoin das komplette Gegenteil dazu darstellt, weil es einfach begrenzt ist. Im Gegensatz zu den 6 Billionen, oder nicht 6 Billionen, sondern 6 Milliarden Euro, die jetzt jedes Jahr dazugekommen sind vom Staat, passiert nicht. Das heißt, wir müssen niemandem vertrauen, wir müssen nur der Mathematik vertrauen und dem Netzwerk vertrauen an sich. Und deshalb ist Bitcoin eben so eine notwendige Alternative dazu, zu diesen Sachen, die jetzt eben gerade passieren. Ja, so Bitcoin, da ist halt ausgeschlossen, dass es zu einer Inflation kommen kann. Im Gegenteil, es ist ja fix. Die Höchstzahl ist bekannt, die ändert sich auch nicht. Da kann niemand was, ja kann niemand was verändern, außer natürlich das ganze Netzwerk würde sagen, okay, wir sind dabei, wir wollen jetzt mehr. Mehr Bitcoin haben, aber das ist ja der wesentliche Punkt, also das wird nicht passieren. ja, also staatliche Kontrolle hat nicht nur Nachteile, natürlich. Nein, klar. Es ist auch sinnvoll, dass der Staat Kontrolle über das Geld hat, schon allein, um eben ja, Falschgeld zu identifizieren. Wenn der Staat nicht sagen würde, wir machen auf die 50-Euro-Scheine diese und jene Sicherheitsvorkehrungen, dann könnte das jeder nachdrucken. Also das ist jetzt nur ein Aspekt, der mir spontan einfällt, dass es da schon auch Argumente dafür gibt. Trotzdem ist die Konsequenz halt aktuell, dass das Geld einfach an Wert verliert, also das Fiat-Geld, ohne, dass der einzelne Bürger Mitspracherecht hat. Und wie gesagt, bisher war es immer so, dass die Bank die Zinsen mehr oder weniger ausgleichen konnte, sodass die Kaufkraft gleich geblieben ist. Also der Kaufkraftverlust ist nicht eingetreten, weil jeder auch mehr Geld zur Verfügung hatte. Außer diejenigen, die wirklich im Sparstrumpf gespart haben. Genau. Die hatten Pech. Aber jetzt ist halt einfach eine besonders heikle Situation, dass man eben keine Zinsen kriegt, das Geld verliert an Wert und man wird als Bürger eben ins Risiko getrieben, wenn man eben ja, eine positive Rendite erwirtschaften möchte. Oder man ist zum Konsum gezwungen. Aber wenn ich sparen möchte, kann ich das nur in Verbindung mit einem gewissen Risiko und das ist, also, das ist einfach falsch. Es kann nicht sein, dass jemand bestraft wird, nur weil er eben ja kein Risiko eingehen möchte. Ja, vor allem ist es ja auch, zu schauen, auch gerade für Unternehmen zum Beispiel, ist es ja auch eher die Richtung, du solltest ja eigentlich belohnt werden dafür, dass du, damit du auch einfach mal eine ruhige Entscheidung treffen kannst. Also es geht ja nicht nur darum, dass du gar nichts machst, sondern dass du nicht dazu getrieben wirst, sofort eine Entscheidung, zu treffen und sofort Geld auszugeben wieder, sondern zu sagen, okay, ey, ich nehme jetzt mal meine Rücklagen, ich spare mir das jetzt mal an und dann treffe ich eine sehr kluge Entscheidung für die nächsten zwei, drei Jahre erst mal. Genau, ja. Und nicht sofort, ich nehme jetzt Geld auf und kann mir sofort irgendwas, weil ich muss jetzt irgendwas machen, sonst komme ich nicht hinterher. Ja, ja. Und genau so hast du das gleiche Problem jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, du erbst jetzt 500.000 Euro und zack, hast du das Problem, scheiße, ich muss mit dem Geld was machen. Ja. Weil es ist so ein Zweck. Von uns geht's verloren, ja. Weil du kannst nicht sagen, okay, ich warte jetzt mal zwei Jahre jetzt einfach, sondern du hast automatisch diesen passiven, inaktiven Druck innerlich so ein bisschen, oh scheiße, ich muss mich jetzt irgendwie mit Investments auseinandersetzen und ich glaube, das ist einfach komplett der falsche Ansatz und das finde ich einfach, wenn man drüber nachdenkt, kann unsere Gesellschaft nicht so funktionieren, das gibt einfach keinen Sinn und bei Bitcoin ist eben der Vorteil, dass es eben, wenn man es jetzt, klar, wenn man es natürlich jetzt die meisten vergleichen natürlich mit Bitcoin, natürlich mit diesen Fiat-Währungen, also aktuell 15.000 Euro, aber man muss es davon abkoppeln, sondern zu sagen, okay, dein einer Bitcoin ist heute genauso ein Bitcoin von 21 Millionen, wie es in zehn Jahren sein wird oder in 100 Jahren sogar sein wird und das ist der große Punkt, den man sich im Kopf bringt. Wenn man diesen Switch im Kopf hinkriegt, dann wird es sehr interessant werden, glaube ich. Ja, wenn es bei der Masse der Bevölkerung ankommt, dann findet vielleicht ein Umdenken statt, aber dafür muss erstmal das Bewusstsein halt geschaffen werden. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die wenigsten nehmen den Verlust eben wahr, dadurch, dass die 100 Euro am 31. Dezember genauso da sind wie am 1. Januar und der Kaufkraftverlust eben unsichtbar eintritt. Und was auch interessant ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die Preise steigen müssen unseren Produkten zum Beispiel, was aber eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt, weil zum Beispiel dein Smartphone, dein Computer wird immer billiger eigentlich. Also gerade dein Fernseher zum Beispiel, wenn man mal die Preise anguckt die letzten vier, fünf, sechs Jahre, wird immer günstiger eigentlich. Oder sie bleiben gleich teuer, können aber mehr davon. Ja, du meinst, man geht davon aus, dass die Preise steigen müssen, weil die Produkte auch umfangreicher oder besser werden einfach. Richtig. Und das Problem ist aber eigentlich, dass es genau in die andere Richtung gehen müsste, weil wir immer technologisch immer weitergehen können. Wir können es billiger herstellen, wir können es einfacher herstellen, wir können mehr davon herstellen. Und wenn man dann nämlich ein Geld hätte, wie zum Beispiel Bitcoin, das ja gleich bleibt, dann würden die Preise automatisch sinken, anstatt in die andere Richtung zu gehen. Weil Herstellungskosten eben sinken und die würden weitergegeben werden, wenn es eben einen normalen freien Wettbewerb geben würde, dann müssten sich die Hersteller eben unterbieten und die Preise würden befallen, meinst du. Und so sollte es eigentlich auch sein. Und aktuell ist es aber genau so, die Zentralbanken wollen genau das Gegenteil eigentlich haben, denn sie wollen steigende Preise haben. Und jetzt hast du nachher so gesehen, das ist das Gegenteil, also die einen wollen, die EZB oder die Zentralbanken wollen, dass die Preise steigen, eben die Inflation anzukurbeln. Wieso meinst du wollen? Ah, okay. Genau. Ne, führ das mal noch kurz aus, also warum will die EZB, dass die Preise steigen? Ja, indirekt, sie wollen ja durch die Inflation steigen ja die Preise auch an. Ach so, meinst du. Genau. Die wollen, die EZB möchte die Inflation eben, möchte die Inflation haben und Konsequenz daraus ist, dass die Preise steigen. Genau, richtig. Und aber eigentlich, es geht aber eigentlich mit der Technologie genau in die andere Richtung. Es wird billiger. Okay. Und das ist ein interessanter Punkt, das heißt, also eigentlich kämpft die Zentralbank gegen die Technologie. Ja, es ist eben ein bisschen widersprüchlich, dass die Preise steigen. Genau. Wo sie eigentlich aufgrund von automatisierten Produktionsprozessen und damit verbundenen Kosteneinsparungen fallen müssten. okay. Genau. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem, ja, was wir vorher gesagt haben, dass ja das ganze Geld in Zukunft wieder reingeholt wird durch Steuern oder wie auch immer. Ich frage mich, wie soll das gehen? Also die, wie viele Leute kennst du, die monatlich so viel am Ende übrig haben, dass sie sagen würden, ja, also 500 Euro könnte ich problemlos entbehren. Da würde ich auch noch gut klarkommen. Also das ist ja, ist ja alles Geld, das in Zukunft reingeholt wird, dass die Bevölkerung sich auch absparen können muss. Natürlich kann man dann sagen, wir nehmen es nur von den Reichen oder besonders Wohlhabenden, aber es kann es ja auch nicht sein, dass man dann bei denjenigen abschöpft, die halt, ja, die da genauso wenig für können, für die inflationäre Politik wie alle anderen auch. Also dass man das so einseitig dann abwälzt, finde ich auch nicht in Ordnung. Und, ja, ich frage mich halt, wie das gehen soll. Weil wie gesagt, wie viele Leute haben am Monatsende so viel übrig, dass sie problemlos 100, 500 Euro abgeben könnten, um eben die ganzen Corona-Hilfsgelder wieder, ja, wieder bezahlen. Wobei, da geht es dann nicht nur darum, die Privatpersonen, sondern eigentlich auch die Unternehmen an sich. Klar, aber die möchte, die werden dann mit Sicherheit wieder entlastet, weil wenn man die wieder unnötig belasten würde, dann würde die Wirtschaft wieder rückläufig sein. Das gilt es auch zu vermeiden. Genau, man müsste ja auch gucken, man kann ja auch den Schuldenstand angucken im Vergleich zu dem Bruttoinlandsprodukt, also zu dem Wert, den ein Land pro Jahr herstellt, in Produkten und Dienstleistungen, ist ja so ein klassischer Wert, den auch zum Beispiel Deutschland hat und da gibt es dann zum Beispiel einen Schuldenstand eben dazu, also im Vergleich dazu, im Verhältnis. Und bei den meisten ist es ja so, dass der Schuldenstand dieses pro Jahr übersteigt schon. Das heißt, du müsstest eigentlich ein Jahr oder mehr, wenn du es 150 Prozent hast, dann müsstest du eineinhalb Jahre lang alle Produkte und Dienstleistungen, die du herstellst in einem Land, nur verkaufen und dieses Geld verwenden, um die Schulden abzuzahlen und dafür darfst du keine Einnahmen, gar nichts mehr und das kann man sich, das funktioniert nicht, das geht nicht. Das heißt, wir schieben das Ganze nur nach vorne in den nächsten Jahren und irgendwann gibt es ja auch diese große Diskussion, was passiert denn dann? Macht man immer einen Schnitt von den Schulden? Spart man irgendwann? Das ist schon spannend. was ich vorher meinte, man weiß einfach nicht, was passiert. Es kann gut sein, dass es knallt oder kollabiert, es kann aber sein, dass es einfach immer so weiter geht, irgendwann ist es dann halt normal, dass wir für ein Brot vielleicht 1000 Euro zahlen, ist aber kein Problem, weil man irgendwie einen Mindestlohn von einer Million hat oder sowas. Ja, aber da bin ich glaube ich, es glaubt nicht, irgendwann wird halt der Punkt kommen, dass das Vertrauen halt wegfällt und das ist halt einfach, dann hast du halt diese krass Inflation und dann passiert es halt nicht mehr Wenn sich das so zeigt, dann gibt es wahrscheinlich schon, ja, die ein oder anderen Leute, die sich dann denken, so kann es nicht sein. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder schon ganz schön lang dabei, aber wir haben noch ein relativ kleines Beispiel, das es ganz gut darstellt mit einer Schülergruppe, die alle Geld haben und ja, dann wird eben ein bisschen eingegriffen und dann haben sie alle mehr Geld. Führt das mal noch kurz aus, weil das macht das Ganze ein bisschen greifbar, finde ich. Genau, das geht nämlich darum, um die Idee dahinter, dass man eben halt so eine Geldmenge oder ein Geld, neues Geld, wie du ja schon gesagt hattest, einfach der Wirtschaft zuführt, um da die dann ihr zu helfen, um einfach dann die anzukurbeln, das Ganze. Das ist ja die Idee dahinter. Ich gebe der Wirtschaft Geld oder dem Staat Geld, der ganzen Bevölkerung Geld und Abflug, ihr könnt damit was machen und uns geht dann deutlich besser und das fand ich ein ganz cooles Beispiel und an sich ist es einfach nur ganz einfach, du hast eine Schülergruppe in einem Klassenraum und diese stellen alle Bürger und alle Unternehmen da, die so in der Wirtschaft da sind und alle Utensilien, wie jetzt so klassisch ein Schreibblock oder ein Stift, sind eben die Produktionsgüter, mit denen was hergestellt werden kann und alle Brote, Pausenbrote, Süßigkeiten, die die dann dabei haben oder auch ein Smartphone, sind eben die Konsumgüter. So dieses klassische, als kleiner Start mal dargestellt und zusätzlich besitzt also jeder Schüler, also jeder Mensch 100 Euro und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zum Beispiel sagt, die Zentralbanken sagen, okay, ihr kriegt jetzt frisches Geld und jeder kriegt davon jetzt zum Beispiel, wir hängen jetzt an jedem Betrag nochmal 0 Euro dran, also eine 0 dran, das heißt also jeder 1000 Euro und dann kann man sich jetzt fragen, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade? Jeder 1000 Euro, ist irgendjemand reicher geworden? Ja. Auf dem Papier ja, aber gibt es mehr Güte? Auf dem Papier ja, aber tatsächlich nicht. Gibt es mehr Güte? Nö, nicht wirklich, also es wird einfach nur um der Preis der Güte wird wahrscheinlich dann auch einfach steigen, weil dann die Verkäufer sagen werden, okay, wenn alle 10-fache haben, dann kann ich auch einen 10-fachen Preis verlangen und fertig, dann haben wir genau den gleichen Stand wieder. Dann sind wir irgendwann beim Brot für 1500 Euro. Richtig, solange alle die 1500 Euro dann auch bekommen zum Beispiel als Mindestlohn, dann passiert ja nichts, aber wir haben nichts gewonnen, weil einfach alles sich verzehnfacht. Ja. Also passiert ja nichts. Das heißt also, dieses neue Geldverteilen ist eigentlich komplett komisch, das gibt nämlich gar keinen Sinn. Und das Problem dabei ist nämlich, dass dieses Geld nicht im Staat nicht an jeden gleichzeitig verteilt wird, weil du ja schon gesagt hattest zum Beispiel, Unternehmen können Kredite aufnehmen für wenig Zinsen, auch Privatpersonen können Kredite aufnehmen, aber nicht jeder eben, weil wir unterschiedliche Kreditwürdigkeiten haben. Ein Arbeitsloser zum Beispiel oder jemand, der Schulden hat, der wird auch bei der Bank jetzt keinen Kredit für eine Immobilie aufkriegen. Ja. Wenn jetzt aber die Lufthansa hingeht und sagt, ey Jungs, wir brauchen Geld, dann kriegen die Millionen, hundertprozentig. Milliarden waren es ja jetzt. Genau, Milliarden sogar noch, und deshalb ist, der nächste Punkt ist dann im Klassenraum zum Beispiel, jetzt machen wir es halt so, die Hälfte der Schüler bekommt jetzt eben 10.000 Euro und die andere Hälfte bleibt bei 1.000. So wie sie zum Beispiel im Staat wäre oder in der Bevölkerung wäre, weil der eine Teil bekommt eben was durch Kredite oder durch staatliche Hilfe und der andere Teil kriegt eben nichts. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was passiert ist, ja, haben wir jetzt irgendwie mehr Güter? Immer noch nicht, weil ja nichts passiert ist erstmal. Aber die eine Hälfte der Bevölkerung ist eben reicher geworden, die hat nämlich 10.000 Euro und die andere Hälfte hat immer noch nur 1.000 Euro. Also die Schüler, die hier eben reicher geworden sind, sind eben die Bürger in der realen Welt, die kreditwürdiger sind als andere. Genau. Oder halt eben, gerade das Finanzsystem, zum Beispiel Banken, sind halt eben die, die ja früher ans Geld rankommen. Klar, oder eben Unternehmen, Banken, ja. Genau, richtig. Und dann hast du wieder den Punkt, natürlich werden auch dann die Preise wieder ansteigen ein bisschen, weil ja auch dann wie die Unternehmer wieder wissen, okay, wir können die Sachen teurer verkaufen. Aber das Problem ist halt, die reichere Hälfte kann jetzt Sachen kaufen und die andere eben nicht mehr, weil sie einfach kein Geld dafür hat. Und dann hast du das Problem eben, dass als Grund, als Zusammenfassung, dass eben diese Bereitstellung des Geldes kein Wirtschaftswachstum gibt oder bereitstellt, sondern einfach nur, es gibt eine Neuverteilung des Geldes in dem Punkt dann. Weil die eine Hälfte kriegt Geld, die andere Hälfte eben nicht. Und das bedeutet also eben, die eine wird reicher und sagt, yeah, uns geht es richtig gut in der Bevölkerung. Das Problem ist aber halt, ja, dass es der eine Reichtum eben der Verlust oder die Armut des anderen sind. Und so entsteht halt automatisch so eine soziale Ungleichheit so ein bisschen, die auseinanderdriftet. Und die Entscheidung der Banken, dass eben der eine Teil Geld kriegt, der andere Teil nicht, da haben wir kein Mitbestimmungsrecht, wie wir es gesagt haben. Und dieses Beispiel, klar, das ist ultra einfach dargestellt, aber es erklärt schon so ein bisschen mal den Grundgedanken dahinter, dass so eine Bereitstellung von Geld, ohne dass eine Produktion da ist, gar keinen Sinn ergibt. Weil entweder... dass eine Ungleichbehandlung in der Geldverteilung eben auch erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und auch da macht man sich wenig Gedanken drüber. Natürlich kann der eine ein Haus kaufen oder einen Kredit aufnehmen für irgendwas. Der andere kann es eben nicht. Dass es aber in dem Umfang, wie es geschieht, dann eben ja deutliche negative Auswirkungen haben kann, ja, kriegt man auch gar nicht großartig mit, weil die Gurke eben nicht im Preis reicht erst mal. Genau. Ja, klar, sowas sieht man halt dann direkt eher bei den Immobilien zum Beispiel. Im Immobilienpreis, wie wir es ja schon ganz am Anfang angesprochen haben. Und da ist ja auch der Punkt, wie viele Menschen können sich denn heutzutage ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt leisten? Ganz wenige nur noch. Und ja, deshalb ist das so ein Punkt, da kann man sich wieder mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Denn entweder, ja, weil dieses frische Geld hinzuzufügen, entweder hast du halt alle das Gleiche, dann passiert nichts. Oder gibt es halt nur der Hälfte einen Teil ab und dann hast du halt diese Ungleichheit. Und deshalb hat das an sich, diese Idee dahinter, überhaupt gar keinen Sinn. Wobei natürlich ist auch ein ganz cooler Punkt, mal wäre, da mit jemandem zu sprechen, der sich da länger beschäftigt hat, was wir wahrscheinlich in Zukunft auch mal machen werden. Und weil das schon so ein Punkt ist, der eher ganz unten anfängt, mich nicht ganz viel mit Bitcoins zu tun hat, glaube ich jetzt, aber so eine Grundlage schafft, sich Gedanken darüber zu machen, wie unser Geldsystem aktuell denn überhaupt funktioniert. Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke. Dann, ja, würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Formalitäten, weil wir sind jetzt ja schon bei Minute 40. Oh, schwierig. Die ganzen Jogger sind schon wieder platt, glaube ich gleich. Ja, genau. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, nochmal der Hinweis darauf, ihr könnt uns gerne Fragen stellen bei, über fragen at bitcoinverstehen.info. Wir packen alle Links und auch die Links zu den Artikeln zum Beispiel jetzt auch in unsere Produkt, äh, nicht die Produktbeschreibung, sondern die Personenbeschreibung. Ihr findet uns auch bei Apple und bei Spotify und könnt uns auch gerne auch bei Twitter Nachrichten schreiben. Bei YouTube findet man uns die Audioaufnahmen immer noch und, ähm, immer noch der Hinweis darauf. Vielen Dank für die ganzen Hörer, die bei Relay ihre Sparplane angelegt haben und unseren Code benutzt haben. Vielen, vielen Dank. Finden wir sehr cool, dass ihr uns damit unterstützt. Und erstmal Glückwunsch zum Kauf und der Einrichtung des Sparplans. Also, wie gesagt, da sind auch der Link und auch die Affiliate Links, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, ein bisschen. Findet ihr auch alles in der Beschreibung. Und, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Episode mit einem anderen Thema. Und bis dahin, alles Gute, ey. Jo, bis nächste Woche, ey. Ciao. Ciao.